Seid ihr diese Praktikanten, die ich hier einsammeln soll? Also echt, ihr macht bestimmt Scheiße, die wie Scheiße ist. Das wäre echt große Scheiße. Ihr macht bestimmt Scheiße, die wie Scheiße ist. Das wäre echt große Scheiße. Ich dachte, der Typ beleidigt uns, aber im Grunde bezeichnet er Scheiße einfach nur als Scheiße. Was guckst du mich so an? Dein Arsch ist wirklich ein Arsch. Und meistens benimmt sich ein Arsch auch wie ein Arsch. So ein Arsch. Wie war das? Komm runter. Er bezeichnet einen Arsch einfach nur als Arsch, mehr nicht. Hä? Kommandeur Burns wartet auf euch. Kommt mit. 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 Kommt mit.